Also das da, das ist auch jetzt nicht mein Hotel und irgendwie rauscht er durch Spanien und sonst wie und irgendwas ist faul, aber es ist ganz nett hier, es gibt überall Brunnen, in denen man trinken kann und ja, die Rosen riechen auch nicht mehr, aber Drehkreuze gibt es. Hold up.